So, dann herzlich willkommen zum Live-Trading-TV von JFD Brokers. Der Start in die neue Woche fängt ja sehr tricky an. Wer die Videos vom Wochenende gesehen hat, bzw. hier den Text gelesen hat, dass die Lage ein bisschen unklar ist, aber es trotzdem gute Marken gibt, hat sich eben dann teilweise bewahrheitet, Marken gab es. Das war hier mein kurzfristiges Setup, was ich aber nicht speziell im Stream vorgestellt habe, weil eben die Lage, die US-Indizes sind heute Morgen deutlich, sage ich mal jetzt eingebrauchen, ist vielleicht übertrieben, aber deutlich zurückgegangen. Und der DAX hat eben nur hier den Aufwärtstrend leicht verletzt. Wollte dann ein Gap Close machen, scheiterte zunächst, aber dann kam eben eine Kaufwelle. Also hier hat er, wenn man jetzt hier nur diesen Chartbereich im 15 Minuten anschaut, ein Fehlsignal geliefert, hätte ich mir doch lieber auch den 4-Stunden-Chart angeschaut und die eine Marke hier mit übernommen in den 15-Minuten-Chart, dann hätte es ja nicht unbedingt ein Fehlsignal gegeben. Deswegen hier hat es einfach einen 4-Stunden-Chart. Ich habe es kurz einen Antippen an den Rainbow und prallte eben dann bullisch ab. Im Wochen-Chart hat er jetzt hier erstmal, aber die Woche hat eben erst begonnen, beziehungsweise auch Monatsende. Da kann man auch gleich mal noch die Monatskerze anschauen. Ist jetzt über den Wolken, Oberkante ausgebrochen und hat auch das letzte Wochenhoch knapp überwunden und kämpft jetzt mit dem Wochenhoch. Den Monatschart kann man hier jetzt eben auch im Bereich von 11.620 bis 70 Widerstand eben auch auslesen. Also hier ist er eben auch, wie auch in der letzten Wochenanalyse, hat der DAX eben Kurspotenzial freigeschaffen und hat es eben hier ein bisschen im 15-Minuten-Chart, ja, die Leute ein bisschen, sag ich mal, die Shorties vielleicht reingezogen und ist dann nach oben durchgezogen. Kürzt den Tagesschart noch. Ja, hier gibt es eben noch ein Gap, was ich neu eingezeichnet habe am Wochenende. Das ist dann im Prinzip eine mögliche Anlaufszone, aber ohne dass ich jetzt hier ein aktives Setup vorstellen werde. Im US-Handel gab es ja eben auch das Video und da wurde ja auch noch gesagt, dass hier ein eventuellen Hoch noch fehlt. Hier werde ich jetzt eben aber definitiv nicht irgendwie gleich antizyklisch einsteigen, sondern eben erst mal abwarten, wie sich die Marktteilnehmer dann in diesem Bereich verhalten werden. Möglich ist es, dass es eben hier nochmal in der Woche eben ab, dass ja Mitte der Woche, dass es hier ein bisschen runter geht, auch noch ein Stück länger bis zum, eventuell bis zum, ja, 12.11., 12. oder 14. und eben dann wirklich nochmal eine Weihnachtsrallye dann startet. Im S&P 500 Index ist eben der Bereich, um die 2100 Marke eben stark umkämpft. Und hier warte ich eben auch ab, wie sich der Index hier verhält. Im Prinzip könnte es jetzt hier schon auch ein neues Hoch geben. Hier muss man wirklich schauen, was er dann auf Tagesbasis macht, aber dann trotzdem eine Konsolidierung einleitet. Also es ist nicht wirklich gleichzusetzen, hier der Ausbruch über 2100, dass es dann direkt hier hoch geht. Ich habe zwar hier den Pfeil mal so eingezeichnet, aber hier muss man wirklich definitiv jeden Tag das genau dann begutachten. Weil womöglich könnte es sich eben hier auch eine schöne Bullenfalle dann ergeben. Kurzen Ausbruch über diese Marke und dann noch ein schöner Abverkauf. Eben bis, ja, 11. bis zum 14.12. Wer dann eben dann hier diese Oberkante erreicht, bei 2044 Punkten etwa. Ich werde weiter jetzt erstmal die Indizes auf der Seitenlinie betrachten, also kein neues Setup vorstellen im DAO. Ist ja hier noch von Freitag das Long Setup aktiv. Der Stopp ist noch nicht erreicht worden. Also hier könnte es, ja, ob es jetzt direkt hier oben raus schießt, aber nochmal ein kleines Stück nach oben gehen, Richtung 17.880 Punkte. Aber hier muss man eben auch nach die Mustaben warten. So, das wäre es erstmal. Danke fürs Zuhören und ich melde mich dann, ja, vielleicht nochmal kurz vor US-Eröffnung. Danke und Ade.